Salute Salami! Hab ich wieder da, das Em Alto Male stand da, weiss nicht. Zurück zu GTH5 Online. Nächstes Mal machen wir eine andere Versieren-Moderation. Und damit hätten wir auch unsere spanischen Zuschauer begrüßt. Willkommen und los geht's. Hey, cool. Blitzstatt. Ähm, hallo? AAAAAAAH! Ach ne, falsche Richtung. Danke für den Hinweis. LOL Tschüss! Hey, du bist weitergefahren! Hallo! Ne, bin ich nicht. Doch, dann bin ich schon weitergefahren. Jetzt schon! Oh, aber ganz knapp. Es ist einfach nur ein Dach, kein Mensch ist es nicht. Wenn du einmal vorbei, ist es vorbei. Einmal runter. Also, wo seid ihr denn so? Ehh, weil du schon mal gespielt hast. Tu nicht so. Ich hab die vor der Folge getroffen, na. GENAU! Stimmt so, ey. GENAU! Ja, genau. Ich hab Beweise. Das ist natürlich nicht euer Ernst. Jetzt hab ich den Checkpoint optimal getroffen und bleib zwischen Container und Laterne hängen. Sonne, Mond und Sterne. Wie? Was? Was? Wer hat das gesagt? Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann muss weg. Weihnachtsmann. Ich hab den einen. Ich hab den einen. Eiii! Einen Nacken. Ein Ries. Gut, dass das Teil explodiert. Ich wär sonst genau reingefahren. Boah, ich hasse dieses Auto. Ja, manchmal ist es zwar schnell, aber es schleudert so extrem. Kommt ihr nochmal nach? Ja, du weißt, wir machen wenigstens Unfälle und fahren einfach nicht durch. Eben, ja. So Cheater-Trainisch. Ganz langweilig. Ganz so. Ehh, ich bin was Cooles. Weißt du. Ehh, deine Zuschauer haben nichts zu sehen bei dir, weil du immer ganz normal durchfährst. Das gilt's. Ja, wow. Ich will doch kein langweiliges Rennen sehen, wo nichts passiert. Tür auf. Oh, oh. Ehm, hallo? Ach, hier. Ach, hier. I like. I like dick bullets. I like big butts. Hä? Hey, ein Easy. Ah, ja genau. Cheater. Kleiner Schuh da wieder. Was nur? Nur weil ich hier rückwärts fahr, oder was? Du hier, hier geht's rechts rum. Nein, ey. Ich warte mal auf euch. Wollen wir gar nicht. Fahr du nur zu. Okay, fahr. Fahr du alleine an der Strecke. Nein, das ist langweilig. Ja, selber schuld. Leho. Leho. Ohne Verkehr, wenn ich's hier noch verkehren werde, wär das so extrem. Cool. Extrem scheiße wahrscheinlich. Ja genau, schieb mich an, danke. Hä? Was zum... Nein! Nein! Ja genau. Das ist jetzt so scheiße zu uns. Zu mir. Zu allem. Harte. Ich wollte, dass's bum bum macht. Hat's doch auch, aber wir waren noch nicht da. Boah, geil. Der Jump. Best Jump ever. Boah, das ist geil. Jumping aber weiter. Scheiß egal, wo ich lang muss. Ähm, hallo? Ich würde lieber diese Jumps machen. Das ist viel cooler. Ah, hier. Jump League. Jump League. Jump League. Jump League, ja. Wuiiii. 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 Boah. Lol. Lol. Schön geparkt. Hahaha. Ich hab grad schön geparkt, muss ich sagen. Komm. Komm. Denk an die Parkuhr. Nein. Aber das war grad schön voll... So voll... Au. Shit. Mann. Seid so uncool. Müssen wir Action reinbringen hier. Machen wir doch. Stans... Stans machen und so. Boah, ich hasse diese Schlampe. Äh... Rampe. Nein, nein, nein. Ich wollte nur Anlauf nehmen und nicht ins Wasser. Nein. Nein, nein, nein. Ihr seid... Oh. Yeah. Waaah. Äh, lol. Wir hätten so ne Rettstrecke gemacht. Hahaha. Der Erbauer. Der Erbauer. Der Erbauer, der Bauer. Das ist... Der ist ein richtiger Bauer. Ja, der hinten. Bauer schreibt man übrigens ohne R, ey. Höhöh. Nein. Fail. Wieder Fleischwirbung. Nein, 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 nein. Dach. Au, scheiße. Abwärts. 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 Wenn du abwärts gehst, dann gehst du abwärts. Yeah. Oh, Mann. Oh, du musst weiter nach links. Ich hab es einfach geschafft, mein Checkpost. Oh, Mann. Nie wieder. Dreh dich um du Sau. Oink oink. Oink oink. Oink oink oink. Oink 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 oink. Ähm, hallo? Hallo? Ohm... Hi! Ohm, nein, ich werde nicht rächen. Umrühren! Umrühren! Hey, wo muss ich lang? Rühren! Oh, ich hab den Ball stein! Umrühren! Umrühren! Wir machen alle kaputt! Hätt ich ruhig sagen können, dass wir da nicht hoch müssen! Da müssen wir nicht hoch! Da müssen wir nicht hoch! Ach du Scheiße! Loll! Loll? Kommts! Ähm... Was? What the fu... Hätt ich jetzt meine Osiris so gern! Was?! Unsichtbare Mauer! Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Nein, da war eine unsichtbare Mauer, das ist uncool! Ich auch, Mann! Jetzt... Jetzt war ich auch noch gegen die Dixit los! Was? Nein! Wir weg! Ja doch, mach ich! Ich habe noch gegen die Dixit los! Ich habe eine unsichtbare Mauer, wenn ich dich nicht kenne! Meinem Glück! Ja ja, toll freu dich! Fack dir einen Keks! Verdammt! Boah, ich hab Bock auf Kekse. Jetzt wo das sagst, gell? Naja, was? Yes, 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 nein, 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 nein! Reicht nicht, oder? Vielleicht noch 100 Meter, äh, 5 Meter oder so? Oder 42? Ja, 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 nein! Geht gar nicht, das ist... Das geht schon irgendwie... Möge die Macht mit dir sein! Digimon! Das sind wir wahrscheinlich, wir brauchen eine richtige Tunnelaut, das wahrscheinlich. Oder viel Anlauf. Oder keine unsichtbare Mauer. Ja, gell? Oder keine unsichtbare Mauer. Wuuu! Nein! Nicht mal mit viel Anlauf, ich komm nicht weiter. Das geht gar nicht. Das ist voll. Das geht schon, glaub an dich! Du hast die Macht! Tchala! Au! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Entschuldigung! Nein, 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 nein! Das reicht nicht! Ganz knapp! Das hatte ich nämlich auch, ganz knapp! Reicht das nämlich nicht! Jetzt brauch ich anlaufe! Huiiiiiii! Nein, das geht nicht, selbst mit viel Anlauf! Das geht, glaub an dich! Nein! Du kannst das! Yes, you can! Ich hab doch von hinten Anlauf genommen! Ja, dann nehmen wir weiter von hinten! Ja, da wo du kommst! Genau da hab ich Anlauf genommen! Dann brauchst du noch mehr Glück! Genau, mit was? Mehr als... Nein, der kommt da! Auf'n Joystick eindreschen kann ich... Auf'n Joystick... Auf das nur eindreschen geht nicht! Diese scheiß Mauer! Ja, die ist schrecklich! Ich hatte deinen Windschatten, ich hätt's geschafft! Ja, mit Windschatten hätt's geklappt! Boah! Da würd' man gern Winde ausstrahlen! Ja, aber hallo! Also, ohne Windschatten, nein! Geht nicht! Das geht! Nein, geht nicht! Das geht! Geht nicht! Wettwillen schaff's jetzt! Wenn dann keine Mauer ist! Hi! Komm! 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 Diese dreckst unsichtbare Mauer! Was los damit? Die steht mir im Weg! Ne, wirklich? Ja, doch! Glaub's mir! Aber Mauer nannt's nicht! Tutut! Oh Gott, ich bin so ein Idiot! Haha! Tutut! Soll ich vorbeizwischen und nimmst mein Windschatten? Komm! Warte! Sag mal, du hast! Ich komm! Ja! Ihr kommt gleich, ihr zwei! Nein! Durch den Crash hat sich gereicht! Nein! Ihr habt dich berührt! Komm! Komm! Feinde mir her! Okay! Okay, warte! 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 Jetzt! Los! Mit Windschatten auf jeden Fall geht's! Ich fahr nach links! Ich fahr nach links! Ich fahr nach links! Klappt's! Das war wirklich ein Crash hat mir noch nicht gereicht! Nein! Wieder nicht! Wieder ganz knapp! Ne, ist er fast so gut! Das schaffen wir! Du bist! Ein paar Mal vor schon! Fahr ein bisschen vor! Das ist jetzt vorne Windschatten! Wirklich jetzt schon! Sondern... Das ist weiter vorne! Sag dann einfach, wenn ich nach links fahren soll! Okay, jetzt warte mal! Jetzt komm ich! Warte! Also! Ich komme! Ich komme! Ich bin zu weit weg! Toll! Mann! Jetzt warst du zu weit weg! Nein! Hehehehe! Okay, nochmal! Also! Auf die Plätze! Fertig! Hau vor! Himmelarsch und Zwirn! Jetzt kriege ich gleich Windschatten! Hattung! Ich bin da! Fahr! Fahr! Ja genau! Perfekt! Fahr bei links! Jawohl! Oh! Und sie war aber! Nein! Reicht das? Nein! Das reicht nicht! Nein! Ich hab den Windschatten von dir genommen! In der Luft! Ja, das geht so! Mit Hundschatten aber nur! Ja! Aber in der Luft auch! Hehehe! Komm! Komm! Ja! Jetzt! Nochmal! Ich lass dich vorne mit dem Windschatten durch die Luft von dir! Genau! Ich brauch den Windschatten! Warte! Muss man leicht abbremsen! Dass ich nicht krieg! Ja gut! Fall auf! Flieg einfach! Vielleicht krieg ich den Windschatten oben! Boah! Das war los! Ich fahre Mauer! Das gibt's doch nicht! Hehehehe! Nächster Versuch! Das schaffen wir! Wenigstens! Oh ne! Ich muss noch zwei ins Ziel! Ich fahre los! Wah! 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 Es waren alle drei! Ne! Ich nehme nochmal weißer Anlauf! Oh! Oh! Was? Das war eine Drecksmauer! Hast du es aber? Oh ne! Ne! Auch nicht! Auch nicht weil ich dich angeschubst hab! Ne! Nochmal! Warte! Anlauf! Ja! Ah! Ja! Schon zu früh! Bin schadlos! Probieren! Russisch! Eich! Weg! Das war zu blöd! Hahaha! 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 Oh manno! Das ist mit den Autos nicht machbar wie das aussieht! Außer mit Windschatten! Das geht! Warte! Jetzt klappt's! Push mit langsam machen! Mach mit langsam machen! Lass ihn herkommen! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Ah! 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 Scheiße! Nächster Versuch! Nehmen alle drei Windschatten! Von allen drei! Los! Das Problem! Das Problem ist, du hackst bei mir ohne Ende! Du hackst bei mir! Ja eben! Genau das Problem! Oh! Zu weit! Weg! Iggen! Weg! 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 Das ist Mauer, Mensch! Fahr zu! Fahr! Fahr! Ich komme! Gib Gas! Gib Gas! Du bist schneller, Mann! Du bist schneller, Mann! Ich werde jetzt endlich schneller! Hau ab! Verschwinde! Das reicht nicht! Das reicht nicht! Ihr sagt, wenn ihr nochmal startet, dann komme ich nämlich vor allem hinten mit Schwung. Jetzt fahr du mal! Ich versuche es zu schaffen! Los geht's! Los geht's! Warte! Ich hab's verballt! Ja, irgendein Trick! Ich glaube, das Auto nach vorne und nach hinten ziehen. Ja, reicht nicht! Boah! Sie ist nach hinten, das dauert ein paar... Meter nicht! So, jetzt fahr ich mal hinterher! Oh! Es geht los, Mann! Bisschen langsamer? Bin doch langsam! Oh, ich bin doch nicht schnell! Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 20 Minuten. Ich hasse so lange Folgen! Du musst ja auf meinen Verdinator warten! Das reicht einfach nicht, Mann! Das reicht mehr, wenn man sich um die eigene Achse von vorne her dreht. Da komme ich ein bisschen weiter. Ja, ja, wenn du dir vorne drehst, das ja. Ja, aber mehr, also halt... Ja, ich drehe halt die ganze Zeit! Okay, dann... Okay, dann war es eine blöde Idee. Warte, ich krieg Windschatten! Geh weg! Okay! Ja, ich flieg hier nicht wieder her, das ist okay. Boah, das reicht! Das reicht! Das reicht! Das hat gereicht! Hier drüben! Nice! Nice one! Ja, mir reicht es nicht! Wie das aussieht! Weißt du, wie es so ins Wasser platschen, so platscht! Da vorne schon ein Stil, also von daher... Da bist du, ähm... Ja, hast du dein Auto vorne hochgezogen oder vorne nach... Ja, hab's vorgezogen! Okay! Hey, du kommst angeflogen, wie das aussieht! Reicht! Reicht! Hi! Wieso reicht das bei euch und bei mir? Ja, da habt ihr dann in der... in... in der senkrechten gehalten, oder? Ja! Ja! Na, ich hab ganz auch gehalten! Okay! Ja, genau! Ich flieg hier voller runter die ganze Zeit! Ah! Das ist schlau! Na... Oh Gott! Ja, das wird doch schlimmer! Drecks... Mauer! Bloß ist es diesmal schaffbar! Äh... What? Mach dir das da vorne mal ohne mich aus! Ich probier hier noch ein bisschen! Fahr mal in Ego-Perspektive! Nein! 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 Niemals! Von der Illusion! Mann! Nein! Ah! Fail! Tschüss! Oh Mann! Was für ein Rennen! Oh dieses Rennen! Mann! Wenigstens gibt's hier Wasser! Ja! Wenigstens eine Abkühlung! Oh jetzt wieder raus aus der Ego-Perspektive! Nein! 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 Warum ist auch da? Ja natürlich! Ich weiß nicht wie ich es geschafft habe weil ich war in Ego-Perspektive auf einmal bin ich gelandet! Ich bin der Letzter bis! Nein! Oh Mann ey! Stimmt! Aufholen! Eben! Oh Gott wie dumm! Oh Gott wie dumm! Nein! Nein! Platsch! Wow! Was für ein jemaliger Versuch! Und jetzt? Ehm und was?! Und nachher noch das Ziel treffen! Ich hab grad so ja! Wir müssen nachher noch ein Ziel treffen! Mit der Schanze! Macht ihr nur mal! Ich hab's schon! Ihr dürft noch! Mein Gott hey! Was für ein Rennen! Das sind 80 Minuten an dem Rennrennen! Hurra! Ich muss nur noch 30 Sekunden durchfalten! Oh mein Gott! Nein nein nein! Ich flieg zu weit links! Voll krass! Oh Mann! Die Frage ist, welcher normale Mensch? Also... Wenn das realistisch wirke ich ja! Wer würde mit seinem Auto ins Wasser springen? Um zu gewinnen! Und... Das war's! Ja! Tja! Schlimm, schlimm, schlimm! Das war's mit dem Part! Gott sei Dank! Ja, mein Ventilator freut sich! Wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao!